In der neuen Woche müssen wir mit einem Kompromiss leben und der lautet wie folgt. Ja, es wird zwar sommerlich warm, teilweise heiß, aber die Luft ist feucht. Oder in anderen Worten ausgedrückt, es wird schwül. Und weil die Tiefdruckgebiete näher sind als das Hoch, was in dem Fall am Montag über dem Mittelmeer liegt, bedeutet das Schauber und Gewitter. Die haben teilweise Unwetterpotenzial. Aber am Montagvormittag geht's erst einmal ziemlich ruhig los. Da gibt es noch die Restregenfälle aus der Nacht. Insbesondere über der Landesmitte ist es eher grau und noch ein bisschen nasser. Sonniger ist es im Süden, aber auch im Nordwesten. Da zeigt sie sich also noch mal häufiger, die Sonne. Am Nachmittag kommen dann aber auch hier immer mehr Quellwolken hinzu. Und dann kann es da und dort auch mal ein Schauer oder ein Gewitter geben. Das wird nicht jeden betreffen, aber dort, wo die Dinger mal durchziehen, kann es vorübergehend mal Starkregen, Hagel und Sturm geben. Also lokale Unwetter sind da nicht völlig ausgeschlossen. Und im Nordwesten ist es generell windiger. An der Nordseeküste selbst scheint längere Zeit die Sonne. Ja, und da kommen wir dann teilweise auf acht bis zehn Sonnenstunden raus. Die gibt es auch im äußersten Südosten, gerade Richtung untere Donau. Ansonsten ist es deutlich grauer im Westen bzw. auch im Südwesten. Da bekommen wir gerade einmal ein bis fünf Sonnenstunden. Und bei den Temperaturen sieht das Ganze dann so aus, dass es im Nordwesten am kühlsten ist mit 16 bis 19, teilweise auch 20 Grad. Und die Sommerwärme, die kommt dann schon im Süden, aber auch im Osten an mit 25 oder 26 Grad. Am Montagabend sind dann auch einzelne Schauer und auch Gewitter unterwegs. Auch aus den Alpen heraus kann es dann wieder gewittern. Die Gewitter kommen dann teilweise bis nach München voran, aber dann lässt das Ganze auch schon wieder nach. Und die Wetterlage beruhigt sich. Das wird sich ja dann zum Dienstag schon wieder deutlich ändern. Dankeschön.